Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video soll es um eine der ältesten Heilfrüchte der Menschheit gehen, um den Granatapfel. Es ist jetzt Oktober, wir befinden uns jetzt gerade noch im Urlaub auf Sardinien und um diese Zeit gehört der Granatapfel zu den regionalen, saisonalen Früchten. Auch in Deutschland kaufe ich ab und zu Granatapfel die Saison. In Deutschland, beziehungsweise wenn man sie in Deutschland kaufen kann, das ist so die Zeit September bis Februar und dann kommen die Granatapfel meistens aus dem Mittelmeergebiet, also Spanien oder Italien oder auch oft aus der Türkei. Und mein ältester Sohn liebt Granatapfel, da habe ich auch ein kleines Rezept für ihn, welches ich regelmäßig zubereite. Das seht ihr dann auch später noch hier in diesem Video. Hinter mir steht auch ein kleiner Granatapfelbaum, ihr könnt vielleicht auch einen Granatapfel erkennen. Also toll, wenn man hier sehen kann, wie so ein Granatapfel wächst, wenn man den auch ernten und dann ganz frisch essen kann. Bevor ich euch zeige, wie wir die Granatapfel zubereiten, was wir damit machen, wie wir den Granatapfel essen, gibt es noch einige interessante Infos zum Granatapfel. In Deutschland könnt ihr Granatapfel in Supermärkten, Bio-Läden kaufen, aber auch zum Beispiel in türkischen Obst- und Gemüseläden. Da sind sie oft recht reif und wenn ihr dort keine Granatapfel findet, könnt ihr die auch nachfragen und die Granatapfel werden dann bestellt. Das ist ein Granatapfelbaum. Da hängen auch noch drei Granatäpfel dran. Ich gehe dann gleich mit der Kamera noch ein bisschen näher ran. Granatäpfelbäume können bis zu fünf Meter hoch werden und sind schon eine jahrtausendalte Kulturpflanze. Meistens werden sie jedoch in Strauchform kultiviert. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Baum hier in diesem Garten auch nicht unbedingt größer wird und dann eben regelmäßig seine Früchte trägt. Ihr seht ein richtig schönes Granatapfel-Exemplar. Perfekt zum Ernten. Und auch hier sind zwei riesige Exemplare. Der eine Granatapfel hat auch schon zwei Risse. Da schauen auch schon kleine Granatapfelkerne raus. Die können also auch geerntet werden. Auch sehr interessant, die Granatapfelbäume können mehrere hundert Jahre alt werden. Schon in der Antike galt der Granatapfel als Symbol für Fruchtbarkeit, Leben, Schönheit, Macht und Unsterblichkeit. Seit Jahrhunderten wird der Granatapfel als Nahrungs- und Genussmittel verwendet. Viele ernährungswissenschaftlichen Studien belegen seine gesundheitsfördernden Eigenschaften. In seinem Inneren befinden sich hunderte von Kernen, bis 400 können es sein, die von einem granatrotem Fruchtfleisch umgeben sind. Der Granatapfel ist reich in Antioxidantien und wird als Radikalfängen einer gesundheitsbewussten Ernährung geschätzt. Die sekundären Pflanzenstoffe im Granatapfel beugen dem Alterungsprozess vor und halten uns jung und schön. Alle Inhaltsstoffe des Granatapfels wirken genial zusammen. Polyphenole, Flavonoide, Anthozyane, Pektine, Kalium, Vitamin C, B-Vitamine, Vitamin E, K und Eisen. Isoliert man die einzelnen Stoffe, haben sie nicht die Wirkung als in diesem Zusammenspiel. Genau durch diese spezielle Zusammensetzung der Inhaltsstoffe wirkt der Granatapfel so positiv auf unsere Gesundheit. Anthozyane gehören übrigens zur Gruppe der Flavonoide und verfügen über ein erstaunliches gesundheitsförderndes Wirkungsspektrum. In diesem Fall geben sie dem Granatapfel auch die rote Färbung. Wie wirkt der Granatapfel auf unsere Gesundheit? Er schützt vor hohem Blutdruck. Er hält den Blutzucker stabil. Er senkt das LDL-Cholesterin. Er wirkt entzündungshemmend. Er lindert Gelenkschmerzen und Arthrose. Er beugt Osteoporose vor. Er hemmt Mikroorganismen, die im Mund Zahnplaggen verursachen. Er wirkt gegen oxidativen Stress, Alkohol, Rauchen, UV-Strahlung. Also, bestimmte aktive Pflanzenstoffe im Granatapfel sollen Krebszellen zerstören können. Hier habe ich ganz tolle Granatapfel. Hier ist auch schon eine aufgeschnitten. Schaut mal, die tolle rubinrote Farbe. Und die Kerne schmecken auch richtig saftig und süß. Ich habe gerade schon mal probiert. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Qualität. Das sind Bio-Kranatäpfel. Und diese Bio-Kranatäpfel könnt ihr recht günstig bei Jurassic Fruit bestellen. Da kostet ein Kilo knapp 6 Euro. Aktuell kosten die Granatäpfel im Bioladen um die 1,79 bei uns. Und später steigt ja der Preis auch noch. Und die Granatäpfel, die sind auch nicht so groß und auch nicht so schön ausgereift. Wer also Granatäpfel in guter Qualität aus Spanien beziehen möchte, dann empfehle ich euch Jurassic Fruit. Und wer noch nicht bei Jurassic Fruit bestellt hat, der kann einen 10% Rabatt Gutscheincode in Anspruch nehmen. Den Gutscheincode findet ihr unten in der Infobox, genauso wie den Link zu Jurassic Fruit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man so einen Granatapfel öffnen kann. Ich zeige euch in diesem Video jetzt eine Variante. Los geht's! Also der Granatäpfel wird erst in der Mitte halbiert, aber nur so angeschnitten. Und dann wird er auseinandergebrochen. Och, diese ganz tolle Farbe. Also es sieht so appetitlich aus. Und jetzt nimmt man einen Löffel, dreht die Granatapfelhälfte um. Und dann wird mit dem Löffel abgeklopft. Schön gleichmäßig abklopfen. Dann lösen sich die Granatapfeltenne. Aber auch nicht zu doll, sonst saftet es zu sehr. Also ein schönes Gefühl dafür entwickeln, mit einer mittleren Schlagkraft draufschlagen. Jetzt hat es die Kamera erwischt. Oh, ihr seht hier die Hälfte des Granatapfels ist schon fast geerntet, sage ich jetzt mal so. Wunderbar, wie ihr seht, es gibt kein Saften, kein Matschen. Der Saft bleibt wirklich in den Granatapfelkernen drin und kann dann weiterverwendet werden. Also diese Granatapfel, die sind hier wirklich auch sehr, sehr saftig. Wenn man so einen Granatapfelkern isst, das ist wirklich sehr saftig im Mund. Also es eignet sich wunderbar zum So-Essen, aber auch zum Entsaften. Also man kann ja auch einen ganz wundervollen Granatapfelsaft machen. Und ich zeige euch auch in diesem Video, mit welchem Entsafter wir einen gesunden Granatapfelsaft herstellen. Für meinen Ältesten habe ich jetzt eine seiner Lieblingsspeisen mit Granatapfelkernen zubereitet. Das sind einfach Granatapfelkerne mit Apfelstiften. Ich habe einfach zwei, drei kleinere Äpfel geschält und entkernt und in so kleine Stifte geschnitten. Und dazu gibt es eine Soße aus geschälten Hanfsamen, Mandelpüree, Vanille, ein bisschen Süßungsmittel und Wasser. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich das Rezept auch schon vor einigen Jahren online gestellt. Wenn ich das Video finde, verlinke ich es oben in den Infokarten. Das sind die Kerne von zwei großen Granatäpfeln, diesen von Jurassic Fruit, die ich euch schon gezeigt habe. Und aus diesen Granatapfelkernen werde ich jetzt einen leckeren Saft herstellen, frisch gepresst. Es gibt hier auch so Orangenpressen, die man mechanisch bedienen kann, mit denen man auch Granatäpfel entsaften kann. Allerdings muss man da immer darauf achten, dass die Granatäpfel nicht zu groß sind. Und es kann auch sein, dass die äußersten Kerne dann nicht mit entsaftet werden. Wir haben ja den Angeljuicer als Entsafter, einen Entsafter, der komplett aus Edelstahl besteht. Und der Entsafter hat mir die höchste Saftausbeute. Und mit diesem Entsafter entsafte ich auch diese Granatapfelkerne. und mit dem Apfelkerne. So. So sieht dann der Granatapfelsaft aus. Hier ist der Trester recht trocken. Normalerweise, wenn man Granatapfelkerne mit so einer Orangenpresse presst, dann ist der Granatapfelsaft eher rubinrot und hier macht er ein bisschen so einen milchigen Eindruck. Das kommt daher, weil man eben auch die Kerne mit auspresst. Das sind ca. 350 ml Saft. Aus diesen zwei Granatäpfeln hätte man noch mehr Saft pressen können. Allerdings hat mein Ältester, der auch diesen Saft gepresst hat, noch ein paar Esslöffel so gegessen. Das war es wieder von mir. Das waren verschiedene Informationen und Inspirationen zum Granatapfel. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wie genießt ihr am liebsten den Granatapfel? Ich freue mich über eure Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Alles Liebe, alles Gute, eure Silke. Bis zum nächsten Mal.